Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 3 der Tutorial-Serie zu JavaScript. Im letzten Video hatten wir uns Variablen bis zu dem Punkt angeschaut, dass wir Werte in sie reinpacken konnten und sie dann wieder auslesen konnten. Aber wirklich interessant werden Variablen erst, wenn man sie manipuliert, mit ihnen rechnet und sie miteinander vergleicht. Jeder Algorithmus braucht diese Grundfunktionalität, egal ob das jetzt eine KI in einem Computerspiel ist oder ob der Algorithmus Kontodaten verarbeitet. Und dafür gibt es in Programmiersprachen, wie in der Mathematik auch, Operatoren. Die meisten davon wie plus, minus, mal geteilt, kennt man schon aus der Schule. Ein paar weitere vielleicht nicht unbedingt. Also lasst uns direkt loslegen und schauen, wie das Ganze in JavaScript aussieht. Bevor wir uns dem Code widmen, noch zwei kleine Hinweise. Erstens, es gibt den Code der letzten beiden Videos und aller folgenden Videos auf GitHub. Insbesondere die Lösungen für die Aufgaben, sodass ihr eben die nochmal anschauen könnt, ohne den Code abtippen zu müssen. Ich verlinke das in der Videobeschreibung und ihr könnt dann einfach mal reinschauen. Und der zweite Hinweis betrifft Kommentare in JavaScript, die ich vergessen habe einzuführen. Es gibt die Möglichkeit, Code zu kommentieren, um zum Beispiel zu erklären, was man macht und warum man es macht, damit man das auch noch zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel sechs Monate später, weiß. Das ist in diesem Fall natürlich noch nicht relevant, aber bei großen Projekten ist es mehr oder weniger Pflicht. Und es gibt zwei Möglichkeiten von Kommentaren. Das erste ist der Zeilenkommentar und ich starte den, indem ich zwei Slashes in einer Zeile schreibe. Es kann auch Hintercode sein, also hier die zwei Slashes beispielsweise. Und alles, was danach in derselben Zeile steht, ist ein Kommentar. Zum Beispiel hier im Hello World auf der Konsole ausgeben. Das wird vom Interpreter einfach ignoriert. Ihr seht aber, wenn ich in die nächste Zeile gehe, was ich hier schreibe, ist kein Kommentar mehr. Wollt ihr mehrzeilige Kommentare verfassen, dann gibt es dafür die Kombination Slash Stern und dann könnt ihr über mehrere Zeilen kommentieren, bis ihr die Kombination Stern Slash anführt und dann ist der Kommentar eben zu Ende. Und alles zwischendrin ist ein Kommentar. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema des Videos, nämlich Operatoren. Den ersten Operator haben wir schon kennengelernt im letzten Video, nämlich der Zuweisungsoperator, mit dem ich einer Variablen einen Wert zuweise. In dem Fall weise ich der Variablen a den Wert 5 zu oder der Variablen b den Wert 3, der Variablen c den Wert 2. Und zu einem späteren Zeitpunkt kann ich natürlich wieder den Variablenwert ändern, indem ich beispielsweise schreibe a ist gleich 7. Man nennt diese konstanten Werte, die wir hier zuweisen, literale. Es gibt aber auch die Möglichkeit, der Variablen den Wert eines Ausdrucks zuzuweisen. Beispielsweise möchte ich a das Ergebnis der Addition von b und c zuweisen. Also der Zuweisungsoperator funktioniert so, dass die rechte Seite ausgewertet wird und der Wert, der hier rauskommt, wird der Variablen links vom Zuweisungsoperator zugeordnet. Das heißt, in dem Fall hätte ich hier a ist gleich b plus c, also a ist gleich 3 plus 2. Da würde wieder eine 5 drinstehen. Und hier sehen wir auch schon das erste Beispiel für einen arithmetischen Operator, den man eben aus der Mathematik kennt. In dem Fall hier das plus für die Addition und es gibt natürlich auch minus, mal und geteilt. Dieser Code wendet die verschiedenen Operatoren auf a und b jeweils an und lockt das Ergebnis auf die Konsole, sodass, wenn ich das Ganze jetzt speicher, man auf der Konsole eben die Ergebnisse dieser Rechenoperationen sieht. Und da sollten keine Überraschungen dabei sein. Ein Operator, den man aus der Schule so direkt nicht kennt, aber vielleicht mal in der Grundschule indirekt kennengelernt hat, ist der Modulo-Operator. Das ist einfach ein Prozentzeichen und das gibt den Rest einer Division zurück. Also a durch b würde ja hier 1 ergeben mit einem Rest von 2. Und dieser Modulo-Operator gibt als Ergebnis dann eben diesen Rest, in dem Fall also die 2 zurück. Man sieht das hier, a Modulo b ist gleich 2. Sehr nützlich ist auch die Exponentiation, die in JavaScript direkt eingebaut ist durch einen doppelten Stern. Also das hier würde bedeuten a hoch b und a hoch b ist in dem Fall 5 hoch 3, also 125. Und zu guter Letzt haben wir noch die Negation, die einfach das Vorzeichen einer Zahl umkehrt. Also in dem Fall kehre ich das Vorzeichen von a um, das heißt, hier kommt eine minus 5 als Ergebnis raus. Und wie in der Mathematik auch, gibt es in JavaScript Klammern und Operatorvorrang, das heißt, es gilt Klammer vor Punkt Verstrich. Und wir haben hier jeweils leicht verschiedene Ausdrücke, die dank unterschiedlicher Klammerung ein unterschiedliches Ergebnis zurückgeben. Das Ganze am besten einfach nochmal selbst nachvollziehen, aber grundsätzlich funktioniert das genauso, wie man es aus der Mathematik eben kennt. Bis jetzt haben wir nur mit Zahlen gerechnet, aber die Addition kann ich auch auf Strings anwenden. Wenn ich zum Beispiel hier zwei Strings FirstName gleich Max und LastName gleich Mustermann habe, dann kann ich FullName erzeugen, indem ich FirstName nehme, dann ein Leerzeichen addiere in Anführungsstrichen und dann den LastName addiere. Und das fügt einfach die Strings hintereinander an und wenn ich das Ergebnis dann ausgebe, dann habe ich logischerweise hier als Ausgabe eben Max Mustermann. Es kommt sehr häufig vor, dass man mit dem Wert einer Variablen was rechnen will und das Ergebnis dieser Rechnung wieder in die Variable zurückschreiben will. Also sowas wie a ist gleich a plus 3 beispielsweise. Und weil das eben super häufig vorkommt, gibt es dafür eine abkürzende Schreibweise, nämlich das plusgleich in dem Fall, also a plusgleich 3, was eben genau dem, was wir gerade geschrieben haben, also a ist gleich a plus 3 entspricht. Und natürlich gibt es auch das wieder für alle möglichen Operatoren. Hier eben ein paar Beispiele und am besten vollzieht ihr auch hier einfach die Ergebnisse selbst ein bisschen nach. Ist wie gesagt nicht kompliziert. Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es noch speziellere Operatoren. Häufig kommt es vor, dass man auf eine Variable einfach eine 1 drauf addieren will, also zum Beispiel a ist gleich a plus 1. Das wird bei Vorschleifen, wie die wir uns in ein, zwei Videos anschauen, super häufig gemacht. Und um nicht jedes Mal diesen langen Code schreiben zu müssen, gibt es dafür den Inkrement-Operator. Das ist einfach ein doppeltes Plus, was an die Variable angehängt wird. Und das entspricht eben a ist gleich a plus 1. Das gibt es in zwei Varianten, nämlich einmal a plus plus und plus plus a. Auch das entspricht einer a ist gleich a plus 1. Allerdings unterscheidet sich hier die Ausführungsreihenfolge im Kontext von größeren Ausdrücken. Wenn ich beispielsweise die Ergebnisse loggen will, dann führt ein plus plus a dazu, dass erst inkrementiert wird und dann wird der Rest des Ausdrucks abgearbeitet. Also erst wird eine 1 drauf addiert, dann wird geloggt. Während ein a plus plus erst den gesamten Code mit dem alten Wert von a ausführt und dann ganz am Ende, nachdem alles andere durchgelaufen ist, erst dann wird die 1 aufaddiert. Das heißt, erst in der nächsten Anweisung, hier in der nächsten Zeile, macht sich dieses plus 1 bemerkbar. Was man eben auch an der Ausgabe sieht, am Anfang hat a den Wert 5. Dann wird Prefix inkrementiert, also erst inkrementiert, dann ausgegeben. Wir haben eine 6 als Ausgabe. In der nächsten Zeile wird Postfix inkrementiert. Das heißt, erst wird ausgegeben, dann inkrementiert. Und dementsprechend haben wir immer noch eine 6. Und erst in der nächsten Zeile, wenn wir nochmal den Wert von a ausgeben, ist a dann gleich 7. Und das Ganze gibt es eben auch für minus 1, also minus minus a und a minus minus. Mit Prefix und Postfix funktioniert das genauso wie bei plus plus. Häufig möchte man Variablenwerte miteinander vergleichen. Also schauen, ist der eine Wert größer als der andere, ist er gleich, kleiner, was auch immer. Wir können zum Beispiel mal schauen, ob a größer ist als b. Das wird einfach mit so einer spitzen Klammer hier gemacht. Und was hier rauskommt, ist natürlich ein Wahrheitswert oder Boolean. Entweder ist a größer als b oder a ist nicht größer als b, also true oder false. Und dieses Ergebnis können wir in einer Variablen, zum Beispiel greater, speichern. Und hier wird jetzt ein true oder false drinstehen, je nachdem, ob dieser Ausdruck hier wahr ist oder eben nicht. Und wir können den Wert mal ausgeben. Und sehen eben, da 5 größer als 3 ist, kommt hier ein true raus. Und wie wir eben auch sehen, das hier ist ein Boolean. Das Ganze gibt es wieder in verschiedenen Variationen. Ich kann auf größer prüfen, ich kann auf kleiner prüfen, ich kann auch auf kleiner gleich oder größer gleich prüfen. Und hier ist eben die Bedingung, dass es kleiner oder gleich ist. Also a ist beispielsweise nicht kleiner als a, weil es eben gleich a ist, aber nicht kleiner. Aber a ist kleiner gleich a, weil eben die Gleichheitsbedingung hier erfüllt ist und damit es der ganze Ausdruck war. Und umgekehrt bei größer, a ist nicht größer als a, aber a ist eben größer gleich a. Und auf Gleichheit prüft man mit einem dreifachen gleich, also gleich, gleich, gleich. Und a ist hier natürlich gleich a, es kommt also ein true raus. a ist aber nicht gleich b, das heißt es kommt ein false raus. Und auf Ungleichheit prüfe ich, indem ich das erste Gleichheitszeichen durch ein Ausrufezeichen ersetze. Also a ungleich a ist natürlich false, während a ungleich b eben wahr ist. Aber hier gibt es jetzt eine ganz wesentliche Sache zu beachten. Und zwar, wenn ich Nachkommastellen speichern möchte, dann wird das Ganze ja intern durch Gleitkommazahlen repräsentiert. Und die sind eben nicht exakt. Also ich kann nicht jede reelle Zahl exakt repräsentieren. Ich habe nur endliche Bits, mit denen ich das speichere. Und dementsprechend sind die Zahlen nicht genau gespeichert. Ähnlich wie ich zum Beispiel ein Drittel im Zehnersystem nicht genau darstellen kann, kann ich zum Beispiel 0,3 im dualen System, also binären System nicht genau darstellen. Und das führt dazu, dass einige Sachen komisch sind. Zum Beispiel 0,1 mal 0,2 sollte ja eigentlich 0,02 geben. Wenn wir diesen Code aber aushören, dann sehen wir, dass false rauskommt. Und das liegt daran, dass 0,1 mal 0,2 im Binärsystem oder in diesem Gleitkommasystem nicht genau 0,02 ist, sondern 0,02, dann einige Nullen und dann noch eine 4. Das heißt, die Werte sind nicht exakt gleich. Ähnliches gilt zum Beispiel bei 0,1 plus 0,2. Das ist nicht gleich 0,3, weil auch hier diese 4 am Ende wieder auftaucht nach ein paar Nullen. Wohingegen beispielsweise 0,1 gleich dem Wert 0,1 dann wieder ganz viele Nullen und dann hier irgendwie ein paar weitere Zahlen ist, weil die interne Repräsentation der 0,1 eben genau dieser Zahl hier hinten entspricht. Das heißt, diese Werte sind hier gleich, obwohl sie es offensichtlich eben nicht sind. Und was ihr daraus mitnehmen solltet, ist, dass ihr euch nicht auf exakte Berechnungen mit Nachkommastellen verlassen könnt, was insbesondere dann wichtig ist, wenn man beispielsweise mit Geld arbeitet. Wenn ihr da mit Fließkommazahlen arbeitet, dann verschwinden plötzlich ein paar Cent oder kommen aus dem Nichts hinzu. Da braucht man also andere Systeme für diese speziellen Fälle. Eine Möglichkeit, Gleitkommazahlen dennoch vergleichen zu können, besteht darin, dass man eben einen gewissen Fehler zulässt. Schauen wir uns hier nochmal das Beispiel 0,1 plus 0,2 an und wir speichern das Ergebnis dieser Rechnung in der Variablen Ergebnis. Und jetzt wollen wir diesen Wert zum Beispiel mit der 0,3 vergleichen und wir können ja einfach mal die Differenz aus Ergebnis minus 0,3, also dem zu vergleichenden Wert bilden. Wir können jetzt schauen, ob dieser Wert, also die Differenz der beiden Zahlen, kleiner als ein gewisser zulässiger Fehler ist, zum Beispiel 0, irgendwie ein paar Nullen oder eine 1, abhängig davon, wie genau man das eben haben will. Und natürlich muss ich jetzt sinnvollerweise hier noch den Betrag von bilden. Das mache ich mit math.abs, damit eben egal ist, welches Vorzeichen hier diese Differenz hat, solange eben der Fehler kleiner ist als diese Zahl. Und wenn ich jetzt diesen Wert abspeicher in einem Ergebnis equal, dann kann ich mal equal ausgeben und sehe eben, dass equal jetzt true ist. Also diese Möglichkeit hat man, aber darum, wie sich Fehler fortpflanzen in größeren Gleichungen, darum kümmert sich eben die Numerik und das sprengt natürlich den Rahmen dieser Videos. Wer schon einmal in einer anderen Programmiersprache programmiert hat, der fragt sich vielleicht, warum die Vergleichsoperatoren in JavaScript dreistellig sind, also eben ein Triple-Gleich oder ein Ausrufezeichen Doppel-Gleich, wo die meisten Programmiersprachen zweistellige Vergleichsoperatoren haben, also ein Doppel-Gleich oder eben ein Ungleich in dieser Form. Und die letzte Form gibt es auch in JavaScript, aber sie bedeutet eben etwas leicht anderes. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was dieser Ausdruck hier ergibt, dann kommt da natürlich False raus, weil wir eben unterschiedliche Typen haben. Also das hier ist ein String mit einer 1 drin, das hier ist ein True. Das kann ja schon gar nicht gleich sein. Wenn wir jetzt allerdings hier ein doppeltes Gleichheitszeichen verwenden, dann kommt da True raus und es liegt daran, dass das doppelte Gleichheitszeichen versucht, die beiden Werte irgendwie vergleichbar zu machen. Und dabei nimmt es den Wert rechts vom Vergleichsoperator und versucht, den in den Typ links davon zu konvertieren. Das heißt, er versucht hier, den Wert True in einen String zu konvertieren. Und da True also war ja eine logische 1 ist, wird da eben eine 1 draus und dann wird ein String draus gemacht. Das heißt, am Ende steht eben dieser Ausdruck hier und der ergibt natürlich True. Und ähnlich ist es in diesem Beispiel. Hier wird eben der String rechts mit der 22 konvertiert in eine Zahl. Und dann habe ich hier am Ende eben 22 ist gleich 22 stehen. Und das ist natürlich auch wieder True. Das gibt es eben für zahlreiche Typen. Ich möchte aber gar nicht durchgehen, weil ich euch zeigen will, dass man sich darauf besser nicht verlassen sollte und stattdessen die Triple-Operatoren verwenden sollte. Wenn man sich zum Beispiel diesen Ausdruck hier anschaut, ihr könnt ja mal kurz überlegen, was da rauskommen wird. Wenn ich das ausführe, dann sehen wir, kommt da eine 20 raus. Und es liegt einfach daran, dass dieser Plus-Operator zwischen diesen beiden Strings interpretiert wird als String-Konkartination, also Aneinanderhängung der beiden Strings. Das heißt, hier kommt dann am Ende 22 raus und diese Minus wird interpretiert als Subtraktion von zwei Zahlen. Und entsprechend werden diese beiden Strings erst konvertiert in eine Zahl jeweils. Also wir haben dann hier 22 minus 2 stehen, wo dann am Ende natürlich unsere 20, die wir hier sehen, rauskommt. Was wir dadurch lernen ist, dass mit diesen impliziten Typ-Konvertierungen sehr viel unbeabsichtigtes Verhalten auftreten kann, was dann zu gravierenden Fehlern führen kann. Und deshalb würde ich dringend davon abraten, sich auf diese Typ-Konvertierungen zu verlassen oder dieses Doppelgleich zu verwenden, statt das Trippelgleich. Und stattdessen immer zu prüfen, ist es wirklich exakt gleich und entsprechend vielleicht umzukonvertieren, wenn nötig, aber nie auf diese impliziten Konvertierungen verlassen. Bis jetzt haben wir immer mit einzelnen Booleans gearbeitet oder die berechnet, aber häufig möchte man verschiedene Booleans miteinander verrechnen, um dann einen Gesamtwert rauszubekommen. Zum Beispiel möchte ich schauen, dass eine Variable größer ist als eine andere und kleiner als eine weitere. Wir wollen jetzt beispielsweise bei einem Verbrechen bestimmen, ob es Mord ist oder nicht. Und dafür haben wir ein paar Variablen, die wir schon kennen, nämlich zum Beispiel, ob das Opfer tot ist und ob der Täter aus Heimtücke, Grausamkeit oder niedrigen Beweggründen gehandelt hat. Es gibt noch ein paar andere Mordmerkmale, aber hier als Beispiel eben. Und ob das jetzt Mord ist oder nicht, also Kunst ist Mörder, bestimmen wir dadurch, ob das Opfer tot ist und einer der Mordmerkmale erfüllt ist, das heißt Victim Dead und Treacherous oder Cruel oder Basemotives. Und wie man hier sieht, ein Und stellt man eben da mit einem doppelten Kaufmannsund und ein Oder mit einem doppelten Balken nach unten. Wir geben jetzt mal das Ergebnis dieser Rechnung aus und sehen, wir bekommen in diesem Fall hier True raus, weil das Opfer eben tot ist und der Täter aus Heimtücke gehandelt hat. Wenn ich das jetzt beispielsweise auf False setze, dann kommt hier eben False raus. Wenn ich eines der Mordmerkmale auf Wahr setze, aber das Opfer dabei nicht umgekommen ist, dann ist es eben auch kein Mord. Und dann gibt es ja noch den Straftatbestand des Totschlags oder im Englischen Manslaughter, also ist Manslaughter. Und es ist eben Totschlag, wenn das Opfer zwar tot ist, aber eben keines der Mordmerkmale vorliegt. Das heißt Und, es liegt keines der Mordmerkmale vor. Hier haben wir wieder die Mordmerkmale und wir sagen quasi Kein, indem wir ein Ausrufezeichen davor schreiben. Das ist die Negation, die macht also aus True ein False und aus False ein True. Und auch das können wir wieder als Ergebnis ausgeben. Und wir sehen, wenn das Opfer nicht tot ist, dann ist es weder Mord noch Totschlag. Und wenn das Opfer tot ist und eins der Mordmerkmale erfüllt ist, dann ist es Mord. Wenn alle Mordmerkmale nicht erfüllt sind, dann ist es eben kein Mord, aber es ist Totschlag. Also nochmal zusammengefasst, Und heißt, es müssen beide Bedingungen wahr sein, sowohl die links vom Operator als auch die rechts davon. Oder heißt, mindestens eine der Bedingungen ist wahr. Also es können beide sein, kann auch nur eine der beiden wahr sein. Und das Ausrufezeichen ist eine Negation, kehrt also den Bullschen Wert jeweils um. Es gibt noch ein paar Variationen von diesem Und und Oder. Und dafür muss ich kurz eine sogenannte Funktion einführen. Ihr müsst noch nicht wissen, was das ist. Im Wesentlichen ist es ein Codeblock, der aufgerufen werden kann von einem anderen Codeblock und dann ausgeführt wird. Und in diesem Fall gibt er was auf der Konsole aus, nämlich hier truthy und gibt dann einen Wert zurück. Das heißt, wenn ich hier eine Variable habe, letResult zum Beispiel und rufe einfach diese Funktion auf, dann steht hier in der Variable am Ende true drin, weil wir hier den Wert true zurückgeben. Und damit wird die rechte Seite eben auch zu true. Und was uns jetzt eigentlich interessiert, ist, was ausgeführt wird, wenn ich zum Beispiel diesen Ausdruck hier stehen habe. Also ein Und. Und ich habe aber auf der linken Seite des Und-Operators ein False. Und da es ein Und ist, wissen wir, dass wenn der erste Operant schon False ist, der Gesamtausdruck nicht mehr wahr werden kann. Ich kann also, um Rechenleistung zu sparen, denn das kann ja eine sehr aufwendige Berechnung sein, einfach sagen, ich werte die rechte Seite nicht mehr aus, denn ich weiß schon, was rauskommt. Das heißt, wenn wir das Ganze ausführen, dann sehen wir, hier wird einfach nur False ausgegeben und dieses Console.Log wird nie ausgeführt. Das heißt, diese gesamte Funktion wird nie ausgeführt, weil wir eben schon wissen, was hier für ein Wert rauskommt. Wenn man das aber anders haben möchte, dann kann man hier ein einfaches Und hinpacken. Das ist dann kein logischer Operator mehr, sondern ein bitweiser Operator, der dann den Wert eines Bits zurückgibt, also 0 oder 1. Und den kann man natürlich wieder konvertieren in ein True oder False. Wir gehen nicht weiter auf bitweiser Operatoren ein, weil die eben fast nie gebraucht werden, außer in diesem Kontext. Und wenn man sie braucht, kann man sie ja schnell nachschauen. Wenn ich diesen Code also ausführe, dann wird auch die rechte Seite ausgeführt. Das heißt, wir bekommen hier den Console.Log von Truthy, also diese Funktion wird ausgeführt. Und am Ende bekommen wir eine 0 raus, weil ich eben natürlich hier False habe. Und False und 0 ist immer noch False, beziehungsweise dann eben als Bit hat den Wert 0. Und dasselbe gibt es auch fürs Oder. Wenn ich am Anfang eines Oder schon ein True stehen habe, dann wird der ganze Ausdruck zu True, egal was danach kommt. Das heißt, in diesem Fall wird die Funktion wieder nicht aufgerufen. Wenn ich das Ganze ersetze durch ein einfaches Oder, dann wird eben die Funktion ausgeführt. Und am Ende kommt natürlich wieder ein True, beziehungsweise eine 1 raus. Das nur am Rande, weil man eben manchmal möchte, dass der rechte Ausdruck auf jeden Fall trotzdem ausgeführt wird, weil vielleicht dann noch weitere Sachen stattfinden, die unabhängig davon, was bei diesem konkreten Ausdruck rauskommt, trotzdem ausgeführt werden müssen. Dann gibt es noch einen weiteren logischen Operator, und das ist das XOR, der ExclusiveOR. Während das OR ja dann True ergibt, wenn entweder einer der beiden oder beide wahr sind, gibt das ExclusiveOR nur dann True zurück, wenn genau einer der Werte wahr ist. Also nicht dann, wenn beide False sind und auch nicht dann, wenn beide True sind. Um das zu demonstrieren, kopiere ich einfach ein bisschen Code rein. Und wir sehen, dass wenn beide Werte True sind, ein 0 rauskommt, also ein False, und wenn beide Werte False sind, eben auch. Und nur wenn jeweils einer der Werte True ist, kommt eine 1, beziehungsweise ein True raus. Und- und-oder-Operatoren lassen sich aber nicht nur auf Booleans anwenden, sondern auch auf die anderen Datentypen. Hier haben wir eine Variable Result, deren Inhalt berechnet wird durch eine Veroderung von Variablen, die keine Booleans sind. Und bei einer Veroderung ist es so, dass hier der erste Wert, der nicht Falsy ist, was es ist, erkläre ich gleich, als Ergebnis in der Variablen stehen bleibt. Und Falsy sind alle hier aufgelisteten Werte. Das heißt, sobald in diesem Ausdruck ein Wert steht, der eben nicht null, not a number, null oder leere Strings und undefined ist, wird dieser Wert zum Wert der Variablen. Wenn wir also in diesem Fall mal Result ausgeben, dann bekommen wir hier eine 23, weil das der erste nicht Falsy-Wert ist. Das Ganze gibt es auch mit und und dabei wird der erste Wert, der eben Falsy ist, zum Wert der Variablen. Und da wir hier direkt auf die Null stoßen, wird eben der Wert von Result am Ende Null sein, was wir eben hier ausgegeben bekommen. Und zum Abschluss noch ein kleiner Vorgriff auf das nächste Video mit den Öl-Fab-Fragen, nämlich der Ternere-Operator. Der funktioniert so, dass wir einen Booleans-Wert haben, in diesen Klammern hier, dann ein Fragezeichen, dann kommt ein Wert, der der Variablen in dem Fall zugewiesen wird, dass dieser Ausdruck hier wahr ist, und dann ein Doppelpunkt und dann kommt der Wert, der der Variablen-Output zugewiesen wird, wenn dieser Ausdruck hier false ist. Sprich, wenn h größer gleich 18 ist, dann steht am Ende in Output, du darfst wählen gehen drin. Wenn h kleiner als 18 ist, dann steht drin, du bist noch zu jung, um wählen zu dürfen. Wir haben hier h gleich 19 gesetzt, also du darfst wählen gehen. Wenn ich es mal zum Beispiel auf 17 setze, dann sehen wir, du bist noch zu jung, um wählen gehen zu dürfen. Und dieser Ternere-Operator ist schon sehr mächtig und wird auch sehr häufig eingesetzt, und wir können damit schon erste Logik schreiben. Und um genau das zu üben, zusammen mit den ganzen anderen Operatoren, die wir jetzt kennengelernt haben, habe ich ein separates Video, was in der Playlist direkt hinter diesem Video kommt, in dem ich euch ein paar Aufgaben gebe, sodass ihr mit diesen wirklich vielen Operatoren, die ihr jetzt kennengelernt habt, mal so ein bisschen vertrauter werdet. Und das habe ich in ein separates Video gepackt, weil dieses eben schon sehr lang ist. So viel dazu, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann abonniert mich doch und lasst ein Like da. Ihr könnt mich auch über Patreon unterstützen und es gibt auch diverse Links in der Videobeschreibung, über die ihr mich ebenfalls unterstützen könnt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020